Hallo, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich bin gestern durch die Stadt gelaufen und da habe ich bei Butlers dieses Washi-Tape entdeckt, reduziert von 1,99 Euro auf 59 Cent in Orange, Grün und Gelb, jeweils die Neonfarben. Jetzt frage ich mich schon, weil ich auch schon noch in einem anderen Laden Washi-Tape gesehen habe, das reduziert war, ob jetzt Washi-Tape langsam out ist. Also ich liebe ja Washi-Tape nach wie vor, aber ja, könnte ja sein, dass die Mode schon zu Ende geht. Was meint ihr? Habt ihr da auch irgendwie was mitbekommen? Meint ihr, die Washi-Tape-Mode hält immer noch an oder ist das jetzt wohl langsam vorbei? Oder warum meint ihr, waren die hier wohl reduziert? Das frage ich mich wirklich. Ich habe mir die auf jeden Fall gestern gekauft und ich habe mir ja letztens diesen Ordner hier gestaltet, wo ich hier dann innen noch so Taschen reingeklebt habe und hier Stifte noch reingemacht habe. Und für diesen Ordner möchte ich mir jetzt noch Register machen. Und die Register, das sind einfach so ganz alte, die habe ich noch in so einem alten Ordner gefunden, sind auch schon teilweise ein bisschen dreckig. Und die will ich mir jetzt mit dem Washi-Tape und mit meinen bunten Stiften ein bisschen neu gestalten. Ein paar von meinen Stickern werde ich auch noch verwenden. Und das ist jetzt noch ein bisschen zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020